So, guten Morgen, meine Damen und Herren, ich komme gerade vom Frühstück zurück. Vorher hatte ich noch einen kleinen Rundgang gemacht. Der gestrige Tag war auch schön. Das Wetter ist ein bisschen kühl. Die Eisheiligen sind ja noch und dann kommen anschließend die Scheinheiligen, also ich komme dann dran. Ich werde nach meiner Rückkehr ein paar Fotos auf meine Homepage stellen und berichten, was ich hier dazugelernt habe bei diesem Seminar. Da draußen ist es eigentlich noch. Es soll ja ein bisschen regnen, weil der Fetter bricht. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Herzlichen Gruß aus der Ferne gewissermaßen und ich werde aber wahrscheinlich zurückkommen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Dankeschön und Tschüss.